Und los geht's, wie gesagt, ganz aktiv und sportlich, denn in Mietleben gab es heute den Startschuss für den mittlerweile 200. Heidelauf. Auch wenn das Wetter nicht das allerbeste war, das hat den Läufern überhaupt nichts ausgemacht. Ganz im Gegenteil, statt der erwarteten 500 kamen diesmal sogar 700 Sportbegeisterte, die ihre Runden um den Heidesee gedreht haben. Das ist ein neuer Teilnehmerrekord.